Wir haben hier ständig Untote, die die Leute umbringen. Ich muss wirklich echt warten, bis eine Stadt fertig ist und dann die andere verteidigt. Solange werden halt die Untoten auf der anderen Seite bleiben. Also gut, die Stadt ist gerade gesichert, so wie es aussieht. Äh, also noch sicher. Auf zum Sieg! Ja? Kein Problem. Meine Einheiten werden angegriffen. Oh. Ja, Sir. Auf zum Sieg! Und da kommen schon wieder Untote. Also ja, wie gesagt, ich mach's jetzt wirklich so. Bevor ich, äh, fände die Brücke und diese Stadt hier und lass die Stadt erstmal, ja, von Untoten belagert. Kein Problem. Auf zum Sieg! Kein Problem. Kein Problem. Wird erledigt. Ja. Ja. So, euch kann ich mal in die Richtung schicken? Wird erledigt. Ja. 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 Was passiert, wenn ich die Bausteine aufsammle? Kann ich sie dann an der Brücke abliefern? Selber? Ich weiß das schon gar nicht mehr so genau. Ja, Tatsache, ich kann die da abliefern. Jetzt hängen sie ja da an den Gegnern fest, das ist nicht gut. Ja, Brennen. Schon erledigt. Brennen. Wird erledigt. Wird erledigt. Auf zum Sieg. Ja, schon erledigt So, okay, dann kann ich ja meine Paladin jetzt erstmal wieder... ...schon erledigt ...schon erledigt ...wird erledigt ...dann muss ich wieder gucken, ob bei Tempelrückgegner aufgetaucht sind Ja, Sir Ja Ja, Sir Ich kann nicht schneller Natürlich Also wie gesagt, da drüben die Stadt, die lassen wir erstmal Was? Ja Natürlich Die Verdammten haben alle unsere Transportmittel zerstört, sodass wir kein schweres Bauholz zur Brücke schaffen können Wir haben noch einen einzigen Wagen Wenn ihr ihn nicht rettet, ist alles... ...bringt den Wagen zum Stadtplatz Wir beladen ihn mit Bau Okay Wir werden angegriffen Äh, nicht gut Jetzt wird wohl die Taske gefragt Ich Und nur ich Und ja Okay, euch können wir dann wieder zurückschicken, weil da kommen garantiert gleich wieder Untote Wird erledigt Wird erledigt Bereit Ja, bringt das Holz zur Brücke Natürlich 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 Okay, da kommt jetzt wieder der Angriff. Der nächste. Was? Wird erledigt. Acht fehlen noch, okay. Das ist machbar. Bereit wird erledigt. So, was? Ja. Natürlich. Das heißt, die sind wieder abgewehrt. Wir können wieder zurücklaufen. Ich kann nicht schneller gehen. Ich kann nicht schneller gehen. So, dann steigern wir mal unseren Mana weiter. Auf 500. Dann haben wir definitiv nämlich eine Weile keine Mana-Probleme mehr. Ich kann nicht schneller gehen. Ja, Sir. Wird erledigt. Ich kann nicht schneller gehen. Natürlich. Also wenigstens müssen wir uns gerade keine Sorgen machen, dass uns das Gold oder die Erfahrungspunkte oder irgendwas anderes ausgehen. So, mal gucken. Zwischendurch mal ein Quick-Safe machen. Sicher ist sicher. Ja. Ja, wird erledigt. So, gerade keine Untoten in Sicht. Ja. Kann aber jederzeit noch kommen. So, das letzte Bauholz. Oh, hier würde noch Gold rumliegen. Das sollten wir uns dann nachher noch schnell holen. Ich kann nicht schneller gehen. So, wird erledigt. Natürlich. Hier sind bis jetzt noch keine neuen Untoten in Sicht. Oder haben sie da wirklich so eine Art Sperre eingebaut, damit man das Level nicht gewinden kann? Natürlich. Natürlich. Wird erledigt. Brennen. Ja. Wir greifen an. Ich kann nicht schneller gehen. 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 Ja. Ich kann nicht schneller gehen. Ich kann nicht schneller gehen. Ja, Sir. Wird erledigt. Wird erledigt. Ja. 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 Geht mal alle da rein, bitte. Ja. 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 Das hatte ich eigentlich auch vor. Mir hier den Wagen zu schnappen. Ich kann nicht schneller gehen. Natürlich. Natürlich. Bereit. Ich kann nicht schneller gehen. Ja. Ja.